Wien, die Hauptstadt Österreichs mit 1,7 Millionen Einwohnern, ist vielfältig wie kaum eine andere Großstadt. Es gibt viel zu entdecken. Von den Prachtbauten des Barock über den goldenen Jugendstil bis zur aktuelle Architektur. Erleben Sie Wien, die Stadt, die zum dritten Mal in Folge zur Metropole mit der höchsten Lebensqualität weltweit ausgezeichnet wurde. Die Parkring-Residenzen. 421 Quadratmeter purer Luxus, eingebettet in ein renommiertes 5-Stern-Hotel direkt an Wiens Prachtstraße im 1. Bezirk, dem Ring. Auf Wunsch kann der Service des Hotels in Anspruch genommen werden. Reinigung, Wellness-Oase oder Room-Service – alle Wünsche werden erfüllt. Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit dem großzügigen Wohnsalon mit wunderschönem Essbereich und gemütlichen Kommunikationszonen. Edelste Materialien wie Seidentapeten und Designermöbel mit Liebe zum Detail laden ein zum Wohlfühlen und Entspannen. Sechs Schlafzimmer bieten Ihnen, Ihren Gästen und Ihrem Personal wunderbaren Schlafkomfort. Flatscreen-Fernseher, Telefon und natürlich Klimaanlage gehören auch hier zum Standard. Alle Schlafräume verfügen über eigene Aus-Suite-Badezimmer, die wiederum mit hochwertigsten Materialien ausgeführt wurden. Genießen Sie die Kombination aus luxuriösem Wohnen und Privatsphäre in perfekter Innenstadtlage mit den besten Adressen für Shopping und elegante Restaurants. Flatscreen-Fernseher, Telefonklinik. Flatscreen-Fernseher, Telefonklinik. Flatscreen-Fernseher, Telefonklinik. Flatscreen-Fernseher, Telefonklinik. Bis zum nächsten Mal.